Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss gerade mal gucken, dass das bei dem Spiel noch mal alles so dicht. Okay. Henry M. Delilah A. Das glaube ich jetzt wohl nicht. Wir sind doch noch nicht am Ende Leute, glaube ich. Ich weiß es nicht, dass ich mich über Julia erzähle. Wie? Was ich nicht gesagt habe. Das ist... Was ist das für mich? Du sagst, es war mir etwas über mich. Und es sieht aus, dass sie mich folgen. Was ich mache, wenn ich gehe? Jesus! Henry, du hörst mich? Du und dein Freund sind noch zusammen. Was? Wir sind nicht. Sie sind mit uns. Ja, okay. Sie sind. Wie wissen sie denn, wer ist? Wie ist das denn? Ich bin so froh, dass diese Leute das machen. Wir müssen einfach das Platz verbraten. Ich denke an das. Worst-Case-Szenario... Vielleicht ist das, was sie uns tun wollen. Was meinst du? Vielleicht versuchen sie uns zu dem Punkt, wo wir etwas verrückt machen. Das Gras ist so schweig wie hell hier. Es würde in einem Sekunden... Programmstart ist Delilah A. Auf und Beobachtungen. Eigenschaften. Zuverlässig trotz Alkoholismus. Oh! Aufmerksam charismatisch. Eigennützig. Verzerrte Wahrnehmung. Persönlicher Vergangenheit. War nie verheiratet. Keine Kinder. Geht selten wandern. Verlässt ihre unmittelbare Umgebung. Kaum ihre Affären. Trotz Langzeitbeziehungen. Ja, meine Pionierbarkeit. Wow. Wow. Well, now I'm thinking what if you're right. I just don't think we should do anything that we can't undo. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Ah, so fucking wound up! It's alright. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver and tomorrow we can figure out what to do. Ich kehre zum Wachtturm to Fox zurück. Echt, jetzt! Ah! Ah! Ja, jetzt hier so alles zurückgehen, ey. Ist ja total scheiße so. Ich hatte gedacht, wir sind schon am Ende. Jetzt habe ich nämlich in der vorigen Folge mich nicht verabschiedet. Und auch in dieser Folge keine Begrüßung aufgesagt. Weil ich dachte, wir sind kurz zum Ende. Und ich gehe einfach mal in die Überlänge oder schneide einfach so Pustekuchen. Ja, Pustekuchen. Das hat wohl nicht so funktioniert, wie ich dachte. Wir werden einfach mal sehen. Nein! 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 Woah! Oh, shit! Gasp! Um, Delilah, there's smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here, who are now burning the forest and everything in it around us? I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Tag 77. Hm. Hm. What will denn dieses Ding hier von uns? Der Wellenempfänger, sondern weiter. I don't know what to do. This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. Alright, I'm on my way now. You know what I just picked up? Uh, no. A fifth of Major Bueno Tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk! But you! You better stay sober. We need a right mind between the pair. Know what I'm saying? My thinking is, I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is, I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ayyayyay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Last thing I need is another big crossword breakthrough. No. N kanrya is moving down there. It's only that one. You can't do it only. No. If you haven't. No, no. Also, ich soll definitiv da runter. Was will das Teil denn jetzt von mir? So, ich muss jetzt... Ich kann hier gar nicht reingehen. Oh, fuck, ey. Komm, pass weg. Das zeigt ja eindeutig hier so lang. Oh, ich kann hier nicht reingehen. Oh, ich kann hier nicht reingehen. Oh, ich kann hier nicht reingehen. Ja, wo sind wir? Aha. Personen setzt er am Rucksack. Das ist ein Schlüssel. Die Höhle. Ja, ich bin. Aber da ist auch ein Setz-Keyes hier. Ich weiß nicht, warum sie hier sind. Sie sagen Shoshone National Forest, Cave 452. Ist das das in der Canyon? Ja, es ist. Wer die Höhle hat ihn? Und was in der Höhle ist in der Höhle? Okay, okay. Let's just think. Says die Frau mit half a bottle of Tequila in die Höhle. Vielleicht sind sie Panik und wir bereit sind zu beat. Die Höhle hat ihn spookt und wir haben neue Walkie Talkies, so wir haben die Höhle. Ja, es ist schwer zu fühlen, wie du die Höhle hast, wenn du in die Höhle standst, in der Mitte der woods. Oh. Du bist zurück in die Höhle. Vielleicht hast du einen Drink, auch. Ich bin nicht in meine Höhle. Ich bin nach einer Höhle standen in die Höhle. Und es ist nicht... du? Es ist nicht ich. Oh mein Gott, geh. Ich geh! Na los, schlag ein. Hallo? So, jetzt komm her, du Schwein. Ich will wissen, wer du bist. Ich will wissen, wer du bist. Die Axt habe ich ja noch. Für alle Fälle. Ich weiß nicht, wie Sie schauen. Diese Höhle ist ein Saber Kassett-Player. Ich hab ein Kassett-Player trockt, was auf meine Verrückte genommen ist. Ich weiß gar nicht, was zu sagen. Hm. Tag 78. Tag 78. God, I think I'm gonna be sick. What's wrong? Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. Um... So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We just- we have to stick together. Okay? Keep our story straight. From the first day with those girls, to the person breaking in on our conversation, everything. We just- we gotta be honest and consistent. Yeah. I suppose you're right. I know. Hm. Toilettenhäuschen. Ich brauche das Toilettenhäuschen wieder. Daran kann ich mich immer orientieren. Wo ich lang muss. Wegen der Höhle. Da ist das Toilettenhäuschen. Na? Ich bin irgendwo hier drauf. Ich weiß leider gar nicht, wann das Spiel gleich zu Ende ist. Deswegen... Pass auf, Leute. Ich sag jetzt schon mal hier. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Simplik.